Musik 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 Ja, ist das ein Stinkauto oder ein Elektroauto? Elektroauto und ein Stinkauto. Ich fahre lieber mit dem Stinkauto. Stinkauto nutzt aber die Natur. Ja und? Und wenn wir zu viel mit dem Auto fahren, dann gibt es auch das Gift aus und die Welt kann nicht leben. Weil man zu viel Auto fahren, zu viel Flugzeug, zu viel Kohle verbrennen. Und wenn die Autos in Gas rausstößen, da ist es giftig und da können nicht die Pflanzen wachsen, wo es eigentlich wachsen soll und Tiere können nicht dabei leben. Wir tun sie in den Müll raus tun und da kommt dann schlechte Luft. Da tun sie in den Müll weg. Und dann verbrennen sie es. Deswegen wird es heißer und heißer bei uns. Und da ist der Rauch, was die Luft nicht ertragt und sie immer heißer macht. Da sind keine Bäume da, da sind keine Bäume und da sollten welche sein. Und da sind ganz viele Bäume. Deswegen sollen wir nicht den Regenwald abpacken. Wenn die Bäume nicht wachsen, dann können die Tiere nicht leben. Weil die Bäume sind gut für die Erde. Weil man braucht die Bäume, weil es soll nicht immer heiß sein. Und man braucht die Bäume zum nur kalt machen. Und die Luft sauber machen. Das ist schlimm für das Wetter und das Wetter vertragt dann nicht die Luft. Es wird immer heißer und heißer. Schmelzen die Berge und dann ist kein Schnee mehr oben. Genau, dann kommt ganz viel Wasser her. Und dann können die Eisbären und die Babyeisbären, die können nur nicht schwimmen und da können sie ertrinken. Und sie holen jetzt auch Gletscher. Da ist auf dem Bauch immer Schnee. Ein Gletscher ist ein Eisbärter, wo überall auf der Welt welche sind und die nie im Sommer schmelzen. Wenn die Erde zu warm wird, können die Gletscher schmelzen und dann können kleine Länder überflutet werden und Inseln. Da schmelzt das Eis. Nachher wird das Wasser zu viel und nachher ist so ein Haufen Wasser. Nachher wird unser Land überschwemmt. Da war ein Meer und die Schiffe waren im Meer und dann ist das Meer weg wegen dem heißen. Nachher gibt es kein Wasser mehr. Und wenn ein Tornado kommt, dann können Berge weg und dann kann man nicht mehr Ski fahren oder rodeln. Ja, weil dann können Häuser kaputt werden, weil der Wirbelsturm so stark ist, gell? Ja. Und der Tornado kann das kaputt machen und mitnehmen. Alle Häuser kann er kaputt machen. Und mitnehmen. Ja, damit es in der Luft rummelt. Und wenn jemand durchstellt, kann man das sehen. Wenn man kein Schnee mehr ist, können sie dann in Maschinen fahren. Kann man ja an die Ski auch Rollen anbringen. Nein. Daniel von Perl. Ab morgen gibt es kein Wasser mehr. Daniel ist trocken. Strom mit Elektrikautos. Die was mit Strom sind. Elektrikautos habe ich schon einmal gesehen. Echt jetzt? Ich glaub da ja. Wir müssen auf die Erde aufpassen. Nicht so viel mit dem Auto fahren. Und die Erde von uns ist ein Schatz. Ich muss auf die Erde und da und hier aufpassen. Die Erde kommt. Bist du in die Erde. Und die Erde ist unglaublich. Ich muss auf die Erde aufpassen. Die Erde nehmen.